5 Tipps vom Anwalt für den Käufer 1. Immer einen schriftlichen Kaufvertrag machen Entwerft selber einen Kaufvertrag, dann könnt ihr Formulierungen vorschlagen, die für euch günstig sind 2. Lasst euch den Personalausweis des Verkäufers zeigen und übernehmt die Daten des Verkäufers, den Kaufpreis und eine genaue Beschreibung der Uhr mit Seriennummer in den Kaufvertrag 3. Am besten die Echtzeit der Uhr vor dem Kauf bei einem Juwelier prüfen lassen 4. Ist euch wichtig, dass sich die Uhr in dem Zustand befindet, in dem die Uhr vom Juwelier bei der ersten Auslieferung übergeben wurde Lasst euch das im Vertrag garantieren 5. Konntet ihr die Echtheit der Uhr vor dem Kauf nicht prüfen, solltet ihr das zeitnah nach dem Kauf tun Spätestens nach zwei Jahren verjähren euch eure Ansprüche gegenüber dem Verkäufer Jedenfalls dann, wenn ihr dem Verkäufer nicht nachweisen könnt, dass er wusste, dass die Uhr nicht original ist